Ubisoft hat heute versprochen, mindestens 50% der Partien Haus auf Haus spielen zu lassen, ich sag's ja. Und damit, hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Für die wöchentliche Herausforderung. Ist mir egal. Was, Serafina spielt Clash? Nein. Ja, für die wöchentliche Herausforderung. Das ist aber nicht Clash. Ja, das soll ja auch Serafina spielen. Muss bei Sophia noch die Clamma wegnehmen. Muss ich noch machen. Ja, macht doch. Das soll ich jetzt machen können. Hm. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Wart los. Der Rage ist in der Nähe. Erstens, du machst auch Saum, was? Nein. Da ist die Clash, guck mal. Ein Motzi, 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 Motzi. Ja, Motzi hat meine Drohne. Nein, da ist ein Käfer. Ja, schieß auf die Drohne, schieß auf die Drohne. Clash läuft jetzt, wie wild. Da ist eine Drohne. Ja, das war dieses Motzi-Seine. Das war mal meine. Dann nimm sie mit. Geht ja nicht. Nimm sie trotzdem mit. Fünf Sekunden, Warten, 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 Warten ist nach oben und Clash ist an der Küchentür außen. Wenn mich der runter rennt. So ein Spakonaut, was? Heint draußen. Nee. Ich mach jetzt erstmal die Garage mit dem Ash-Geschoss auf. Sehr wichtig gewesen. Gymnastikraum ist verstärkt. Also wenn ich jetzt sterbe und der Entschärfer dann weg ist, ist das nicht mein Problem. Dann sterben wir jetzt einfach nicht. Nicht so doll rumsterben. Wo seid denn ihr hin? Garage rein. Schädling zerstört und stachelt. Fius ist verletzt. Nee, mein ich glaube schon. Nee, das ist doch Wahnsinn. Luke ist Warten runter. Da ist er tot. Äh nein, die Clash-Tante ist bei mir. Moment, dann geh ich dir an den Rücken. Wo sind die jetzt hin? Ist die auf der Treppe? Was? Hinter uns Rue, eine eigene Garage. Okay. Die war nicht bei dir. Die war auf der Treppe. Ja, aber ich war ja auch da hinten. Da bin ich zurückgegangen und ist Luke hinten rein. Ist meine Sonne tot? Ja, du bist ja mit. Ach so, seid gar nicht mehr da. Na toll. Ist da ein Dämon zum Es-Zimmerfenster? Oh, guten Tag. Kann ich bitte mal entschärfen? Kann ich bitte mal entschärfen? Warte ich, ne? Ich wurde entdeckt. Da ist sie. Sprengneidung anbringen und hochjagen die Dämonitante. Oh, ist das im Anziehen. Was? Kein Kopfschuss mehr. Gut, es war aus der Hüfte, aber der ist doch blutgeflogen. Weg mit der Claymore. Wir können immer noch gar rascheln, ne? Dann sollten wir mal Clash mitnehmen. Der Bug hat sich wieder den Entschärfer geschnappt. Ich gebe ihn gerne ab. Du hast ihn doch erst genommen. Na scheiße. Musst du dir vorher belegen. Die machen gar nicht unten zu, zumindest noch nicht. Ich glaube, jetzt macht der Erste zu. Ja. Erste Wand ist zu. Musst du warum rein? Eine Wand ist noch nicht verstärkt. Mach schnell auf ihn. Okay, Moment. Ich hatte auch gewollt. Vorsicht, Esszimmer. Können sie noch sagen. Das ist dicke Fenster drüber. Jetzt klopft jemand ein Fenster auf. Ich klopfe das auf Ion. Ich fahre mal vor. Ah, er kommt raus. Kommt gleich eine Drohne ins Bild, glaube ich. Ah, dann steht sie. Das doch war nicht zum Durchgehen, M.G. War nur zum Durchgucken. Durchspringen. Überkreuz. Mensch, Seraphina, muss schon schneller sein, wenn du Clash haben willst. Da ist eine extra lange Zeit, dass ich die Olle nicht spielen muss. Bei der nächsten angeknabberten Partie bekommst du Clash. Zugewürfelt. Ja, nö. Wer sie verpasst, das Aussehen und dann kriegt sie automatisch Clash. So ein Glück hatte ich bis jetzt noch nicht. Das Clash-Gesicht. Mach mal die Lücke noch raus. Mach mal. Ja, ich kann das bestimmt. Ja, da könnte er keinen raten. Ja, da haben sie sie weg, genau. Die haben Kali und Glass. Amaro lebt noch. Der Miet ist tot. Kali ist auch tot. Okay, Glass Amaro, Fragezeichen. Amaro ist auch tot. Amaro war nicht das Problem. Nee. Und mach hier nicht auf, du Depp. Okay, einer ist unten beim Fluss, Doc. Schmeiß, dass er Mist da raus ist, ob das was bringen würde. Ich glaube eh gleich. So viel ist die letzte. Ja, die ist unten. Barage unten? Ja, in dem kleinen Raum, wo du vom Gymnastikraum auskommst. Okay. Also neben dem Gymnastikraum und die ist da rausgerannt. Die Außentreppe. Die ist jetzt oben. Vielleicht draußen. Für jeden Fall ist oben jemand rumgekommen. Einsatzbereit. Die ist draußen vor der Küchentür. Gerberping. Die rennt wieder irgendwo woanders hin. Ja, ist weg. Ich guck mal, ob die wieder unten reingeht. Beim Baumhaus noch in der Ecke. Ich wach unten. Ja, ist unten. Unten am Eingang. Treppe. Außen. Ist er wieder weggerannt? Ich bin ja weg. Ich guck mal wieder oben. Jetzt im Haus mit euch. Spritzen. Fenster sind noch zu. War die Garage noch zu? Weiß nicht. Die Garage ist zu. Komplett zu. Wieder Küche. Schwester und der anderen Seite. Für dich. Abgefreit. Trotzdem für dich Mit Speil Oh geil Von Garage So wie die vorhin Genau das gleiche Ja Du musst jetzt bis gucken Nicht dass ich einen falschen Operator aus Eine Clash kannst du nicht mehr Die will ich ja auch nicht Das wäre aber der richtige Warum? Die Bomben schützen Weil Ein Loblieb Pfeifst du auf sie? Nein Wer schießt hier mit der Schrottflinte auf die Wand Ach von oben Die Wand hat nämlich keinen Schaden bekommen Das Gerät ist am Platz Nur noch 10 Sekunden Das ist schon jemand tot Die haben einen Finco-Defuse Das werde ich hier besser noch bereuen Am gelben Ping ist Kali Am gelben Ping ist Kali Kommt auch einer Richtung Gymnastikraum Die Kappe runter Also hier den kleinen Das war lieber noch zu Solange die hier ist Ich wurde entdeckt Ich glaube hier an jemand zum Aufspringen Dein Schäfer liegt bei mir Wo genau? Gelbe Ping mal? Hier Außen Treppe Okay Die Bahn Die Bahn haben halt draußen In der Garagentür was Letzter verbleibende Gegner Das ist die letzte Bei dir? Ne Bei dir Bei mir Kann sie durch? Ja Ist sie weit offen? Okay Aber ich stelle mich einfach mal davor Soll ich dir noch zu viel mitgeben? Ne Okay Bei dir sind ich auch gerne Ich stelle sie nicht Okay dann gucke ich mal Treppe Küche Seraphina guckt Treppe außen Beim Gymnastikraum Holz ist glaube ich Esszimmer aufgegangen Doch hat er aufgemacht Achso Na hier bei mir ist was Doch ich Wechsle Magazine Sag wenn du sie wirklich siehst Okay ist oben Ja ist noch hier Ist noch hier Okay unten Bleibt hinten zum Spawnpunkt rein Okay Naja Hat er noch Zeit? Ja ist hier Ist hier Schieb sie weg Den zur Tür glaube ich Okay Bleibst wieder da Dann gucken wir hier zu dritt Dann gucke ich wieder Küchentreppe Aua Ah was Hat er angetäuscht Sehr affiner weiter nach rechts in die Ecke Und nach links liegen Wenn du zur Außentür guckst Äh zur Treppe Äh zum Garagenturm So Hinter mir hinter mir Garage Die ist bei der Seraphina außen Treppe Oben Dann Luca Ja die kommt oben Treppe Okay Treppe habe ich im Blick 19 Sekunden die muss gleich rennen Die rennt wieder nach außen zum Esszimmer 15 Sekunden Nee die kommt Küche Treppe glaube ich Die ist oben lang gelaufen Du warst dir halt nicht sicher Ich hab doch Sag bei Seraphina außen Na am Ende dann War ich schon tot Ja aber wieso guckst du denn da hin Weil es da lang gelaufen ist Ich hab sogar lang gerannt Vier Gegner Ja die bomben sichern schon fast kein wert die schrubblinde dabei der kirchenmann oder was die überlebt zwei schrubblinde schüsse gar schon zu kriegt er die zu oder muss ich noch gut bei der anderen guckt er im gehirn Fios bringt wo an. Oben S-Zimmer, glaube ich. EMP-Mann am gelben Ping. EMP-Mann gelber Ping rennt weiter nach links. Nein, da ist er. Letzte Fios-Leitung. Ich habe Treppe-Küche im Blick. Fios kommt vor mir, die Treppe. Okay. Kann sein, dass die Luke hier in dem Waschkelauch. Ja, die Luke. Okay, dann guck. So, wo guckst du jetzt herauf hin? Guck die Tür vor zur Waschküche. Okay. Ich guck Küchentreppe. Na, guck ich hier Außentreppe, wenn Hawke bei der Küchentreppe ist. Treppe oben, Hawke. Gerber Ping. Ja, was von hinten? Luke ist zu. Ich bin aus dem Raum. Boah. Hat mich. Wo? Es ist EMP-Mann. Treppe. Hier bei mir kommt einer. Bei mir kommt einer. Bei mir kommt einer. Markieren. Ja, schließt der Raum mal drauf. Treppe ist noch jemand. Okay. Küchentreppe. Ah. Was? Wieso? Was? Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Das ist eine Schrottflinte, die mir schon über 60 Lebenspunkte abgezogen hat. Nee, fast 60. Wieso warst du denn jetzt plötzlich tot? Gut. Wäre ich oder er? Das ich war schon länger weg. Na ja. Hast du da die Küche... Ja, und da kam jemand runter, hab ich ja gesagt. Die EMP-Mann. Und ich hatte noch kaum Leben, weil der Kärchenmann mich in der Vorbereitungsphase runtergeschossen hat. Ich hatte Fuse vor der Nase und dann, wo MG gesagt hat, dass bei dir einer... Oder wo du gesagt hast, Hocker, dass bei dir einer ist, hab ich mich ja umgedreht, aber ich hab ihn nicht getroffen. Ah, schade, ich bereif's nicht an. Jetzt wird die Maury-Clash-Runden gelangt. Oh, oh. Es fängt erst an zu zählen, wenn Seraphina Clash spielt. Also es zählt erst dann für alle anderen Spieler. Wer weiß, was man da wieder machen muss. Spiele Amaro. Guck mal, ob ich die Ducke zumal habe. Neue Kameraübertragung läuft. Kamera in Position. Kameraübertragung läuft. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Das kann Ducke machen. Zehn Sekunden noch. Fünf Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Gehen sie weg. Dankeschön. Ich mache es mir hier bequem. Unser Kaliber nicht will es. Okay, die haben so vier. Fangen wir auf dem Fenster oben? Nee. Den Eingang hier. Ach, Ducke. Ah, Ducke. Copy. Einen habe ich verletzt da hinten. Ich fahre mit Ducke mal hervor und guck mal, wie viele da gerade sind. Sophia ist da noch. Ja. Wieder aufgestellt. Ah, das andere ist rausgerannt. Das andere ist rausgerannt. Sind sie auch zu zweit da. Maverick kommt vor. Haben gestört. Steht in der Tür rot. Das andere rennt zum Zoll. Maverick ist drin. Nein. Auch zu spät. Träger aufgehalten. Träger im Gang. Vor dem Klo. Entschärfer besser gesagt. Die Duckep kann er anrufen, das ist nicht gut. Ist draußen noch. Ja, war hier gerade am Fenster. Ist hier draußen. Okay. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Ja, ist immer noch klar. Die schießt auf mich. Ich schieß einfach mal zurück. Kopftreffer. Durchs Glück. inside slate. 45 Punkte. Das ist alles. Clash. Clash, 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 clash. 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 Clash, klatschen. Clash. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Ich mach mal die Lücken zu. Die Schrift traur abdube. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt, zum Angriff bereit machen. Störsender gestartet. Zehn Sekunden noch. Fünf Sekunden noch. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Böses Auge ist bereit. Feindliche Aufgärte vor. Timer wird gestartet. Seidlich nach oben. Ah, jetzt kommt es rum. Das ist ein Schatten. Einer ist oben. Helikopterschatten. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ich setze den Sensor ein. Noch einer hier außen. IQ. Okay, noch einer. Aktuell nur einer zu sehen. Oh, oben rennt schon jemand lang. Seht mal die bösen Augen aus, bevor es zu spät ist. Einer ist hier immer noch außen. Er rennt ja zum Fenster. Ist er auch genug? Ja. Merrick haben sie noch. Merrick IQ Leon. Wie weit? Timit macht die Wand auf, Gabaping. Einer ist außer. Einer ist über uns, Gabaping. Jackal haben sie. Jackal ist noch. Jackal ist hoch. Feindliche Drohne nähert sich. Ich starte die Uhr. Demi ist außen. Okay, ich guck da hinten. Er hat nur noch 10 Haping. Oben ist Leon. Oben. Oder Leon. Klo. Mann. Na. IQ im Serverraum. Jackal links von dir ist eine. Mitchell, guck du mal nach unten. Da ist jemand. Zwei am roten Ping. Der Miet macht jetzt noch nur auf. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. In der Tür jetzt einer. Haupteingangstür. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Auch noch jemand. Wenn du aber wirst. Jäger schlafen. In der Tür herum. Loser. Zwei im Fler. Zwei im Flas. Zwei im Flasen. In der Tür. Zwei im Flasen. Zwei im Flasen. Zwei im Flasen. Jäger. Zwei im Flasen. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe auszuspüren. Leiter ist sauber. Bitte, was war das jetzt? Leiter ist sauber. Okay. Oben, umso. Oben. Dann könnte das Waffenschränke sein. Ich bin da schief, ja. Ah, Stoffelzauber. Scheißzeug. Zehn Sekunden bis Einsatz. Das hier war nicht. Nein, das kann ich. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Stoffelzauber. Versilly. besten mann ist oben sicherheitsraum sicherheitsraum ist immer noch einer bestmann hab ich ich guck mir da drohne mal rein ja da ist noch jemand im gang seraphina okay gang ist alibi gang vor der küche was von wo austreppe misst austreppe vigil ernst jetzt nur noch einer vom eigenen trug ja genau raus spritzmann oben pausenraum was ja genau wie klar schwebt eine waffe hast du da schon mal geschossen oder ja ich habe doch alibi vorher ich weiß noch nicht wieso er schon wieder nicht gestorben ist aber ich nicht aufregen ist ein spiel hockay vielleicht analysiert hocker ja bloß gar nicht sagen kriegt mich trotzdem macht auch beim landwirtschaft simulator spielen so ich glaube da gar sei im wachs woanders ihr müsst eure drohne verwenden um eine bombe aufzuspüren zoll zoll gab schrauben eine bombe lokalisiert fragzeichen das war spritzenmann mit seiner grünen spritze auf dem kopf also ohne lesion hier ist strom drauf bei mir außen von seraphina außenwand du bist bei mir herum clipping fehler witz außenwand offen clipping ist was anderes brille anziehen brille anziehen seraphina hat ihnen gesagt brille anziehen brille anziehen den schärfer vorm fenster hockay ja ja siehst ich gucke ob hier jemand oben rausspringt brille anziehen brille anziehen brille anziehen brille anziehen gegen ende so viel auf einmal gestorben vor allem bände das erst mal in seraphina vorbeigelaufen brille anziehen war bestimmt gejinkt brille anziehen bei diesem das ist bestimmt spieler scheißdreck kackdreck aber der hat nicht die schotten vor fros legt da was hinterbarkeit eine matte Da liegt was. Kapkan. Äh, Kite hat sein Dings oben an die Decke gemacht. Von der Wand. Für die Wand. Also, ja, vieler EMP zünden, aber mit dem Arm ausgestreckt nach oben halten die ganze Zeit. Nee, werf das mal oben auf die Valustrade. Also, da oben drauf. Also, wenn du da von oben auf dieses auf das Dach vom Strom, besser gesagt. Da oben in dem Gang stehen, wo der gelbe Ping ist. Genau, und dann auf den Boden werfen. Oder so. Einfach von hier oben gegen die Decke da oben. Oder nee, nicht da. Hier, da, wo der... Da, der... Von hier, hier. Hier, hier. Von hier da oben hoch. Nichts, nix, nix. Weiter rechts werden. Zwei Versuche noch. Die bringen sich schon selbst um. Ja, danke, du blöde Kuh. Was? Achso. Das hat er jetzt lachen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Software wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Also, auf mal. Gut. Ich gehe rüber zur Haupteingangstür. Willst du einen Entschärfer haben? Dann decke ich da ab. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde erneut gesichert. Ich decke auch oben mit ab. Ich gucke mal durchs Fenster. Das sehe niemanden. Ich fahre mir da drinnen mal vor. Und suche mal im Raum ab. Ein Gegner verbleibt. Habe keiner durch. Ich suche es. Moment. Das ist die Erbauten ohne. Einer vom eigenen Druck verbleibt. Er hat sie hälft. Viele Matten. Der ist da in der Ecke bei ihm. Beim Zoll? Der geht jetzt durch den Keeper. Der guckt in die andere Richtung. Okay. Kannst reingehen zum Entschärfen. Entschärfer wurde zurückgeholt. Der stimmt nach rechts. Wo? Wo hing ich denn? Ich wollte nach rechts gehen, aber es ging nicht. Der ist dann plötzlich so vor. Ich hätte es ja verstanden, wenn ich nicht weiter hätte nach links gehen können, weil dann der Wand war. Aber ich bin wieder nach rechts von da, wo ich hergekommen bin und da ging es nicht mehr hin. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.